peace und herzlich willkommen bei mir auf dem kanal über vier wochen war jetzt stille angesagt und ruhe und gemütlichkeit ich wollte euch kurz erklären warum so lang kein video gekommen ist mir ging es nicht gut also ich war ein paar mal krank und hat mich schon ein bisschen her gebeutelt dann habe ich einen haufen arbeit und großbaustellen bei mir am haus gehabt das mich sehr seit ende juli eigentlich schon eingebunden hat und das habe ich jetzt erledigt das ist gut habe dann gemerkt nachdem ich eine woche nichts gemacht habe dass ich scheinbar abhängig bin auch von youtube habe das gemerkt dass ich sehr viel zeit investiert habe am tag nicht nur hier videos machen und überlegen was zu machen ist und so weiter sondern auch wenn ich nicht online war war ich trotzdem online also ich habe dann die analytics angeschaut habe die klickzahlen angeschaut habe die verläufe von von der wiedergabe liste angeschaut und die wiedergabe zeit und die abonnenten die sieht man jetzt da hinten hier mittlerweile sind obwohl ich jetzt vier wochen kein video oder fünf wochen kein video gebracht trotzdem noch hochgegangen danke dafür ich werde jetzt wieder schön langsam anfangen also diese vier wochen die ich jetzt einfach meine auszeit genommen habe hat mir unheimlich gut getan habe auch schon wieder einiges vor und wird wieder bisschen mehr aktivität kommen auf dem kanal wobei ich natürlich auch merke und auch schon sehe anhand von den videos die auf anderen kanälen kommen dass es zurzeit ein bisschen ruhiger geworden ist es gibt ausnahmen aber wer es bei sehr viel kanälen ist mittlerweile ein bisschen ruhiger geworden weil die so denke ich so sehe ich das auch ein bisschen die themen ausgehen ich werde am dienstag glaube ich ist es also wahrscheinlich heute wenn ich das video rausbringen werde ich mit dem kona zur 15.000er inspektion fahren da werde ich meine kamera mitnehmen ich werde versuchen ein paar schöne aufnahmen zu machen vom auto unten ich weiß nicht wie die wie die übergabe sein wird weil ich bei dem händler noch nicht war jetzt das erste mal da kommt dann wieder extra video darüber auch dass man sich mittlerweile sechs wochen vorher anmelden muss weil sonst kein termin frei ist was er völliger schwachsinn ist ich habe gesehen dass mir die vier wochen pause extrem gut getan haben nach einer woche nach zwei habe ich erst so gemerkt ich habe absichtlich überhaupt nicht auf youtube schaut ich habe so gut wie keine kommentare beantwortet ich habe mir einfach eine auszeit genommen ich hoffe ihr seid mir nicht böse das war für mich nötig das hat mir gut getan ja das war es eigentlich schon es werden wieder videos kommen auch die woche normalerweise noch ich werde die woche noch einige videos aufnehmen müssen weil es weil sich einiges einiges getan hat bei mir und ja wenn ich mal schauen was so auf uns zukommt und ihr werdet es auch sehen wenn ihr wollt das war's schon servus sagt locker euer wieder darf locker